Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir sprechen heute über Niklas Völkug und ja, ich weiß, ein Thema, was natürlich ein Stück weit auch nervt, was natürlich ein Stück weit auch hin und her geht, aber wir haben ein Update, etwas, was ich eigentlich ganz interessant fand, worüber ich sprechen wollte und da kann ich auch direkt ein, zwei Sachen mit reinfließen lassen, über die ich sowieso sprechen wollte, aber dafür kein einzelnes Völkug-Video hätte machen wollen. Nämlich nach dem Spiel wurde er ja auch zu seinem Wechsel gefragt, beziehungsweise ob er bleibt und nicht. Das kam jetzt in der letzten Woche auch immer wieder da, kleiner Artikel. Jetzt gibt es allerdings einen Interessenten, der sehr interessant ist, der wohl angefragt hat bei Niklas Völkug. Da sprechen wir drüber und ihr könnt gerne schon mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Verfolgt ihr die Völkug-Thematik überhaupt noch oder nicht? Oder sagt ihr, nee, ich lege das ab und dann, wenn was Fixes da ist, ich könnte das ja tatsächlich nicht. Ich muss ja da immer wieder rein und höre mir das noch alles an, lies mir das alles durch. Auch wenn ich auch sage, klar, wäre es für mich persönlich auch schöner, wenn wir endlich da mal was Festes hätten, was Fixes hätten. Aber trotzdessen könnte ich das jetzt nicht einfach so beiseite legen und dann gucken, wann ist irgendwann was fix. Aber vielleicht sind ja auch ein paar Leute anders da draußen. Schreibt es wie gesagt gerne mal in die Kommentare rein und auch nochmal gerne, was glaubt ihr ab, was für eine Summe Werder Völkug mittlerweile ziehen lassen würde. Könnte sich ja auch ein bisschen verändert haben. Lasst gerne den Däumtisch nach oben da, lasst sehr, sehr gerne hier ein Abo da. Guckt mal, wir sind ja auf dem Weg zu den 22.000 Abonnenten. Vielen lieben Dank an jeden, der hier abonniert. Die Glocke auch aktivieren, denkt dran daneben auf die Glocke mal draufdrücken, alle benachstigen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. So, jetzt ist natürlich das Wochenende auch so ein bisschen, ja, steckt natürlich noch in den Knochen. Dann erst der DFB-Pokal aus, dann jetzt das Bayern-Spiel. 4-0 war dann doch deutlicher, als wie man zwischenzeitlich zumindest mal gedacht hat, erwartet hat vielleicht auch. Und dann wurde nach dem Spiel Niklas Völkug ja gefragt, wie das denn mit seiner Personalie aussieht. Und da sprechen wir auch jetzt gleich dann direkt drüber. Aber erstmal sage ich euch natürlich, um was für einen Verein geht es denn hier überhaupt. Und zwar, der AC Mailand hat Interesse an Niklas Völkug. Und hier hat auch gerade eben Werder Bremen-Fans, vielleicht kennt der eine oder andere die Instagram-Seite von dem guten Kollegen, hat hier das auch gerade eben nochmal gepostet. Der AC Mailand zeigt Interesse an Niklas Völkug. Werder verlangt nach wie vor eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro. Bis zum Deadline-Day sind es noch zwölf Tage. Das bleiben spannende Tage. Aber es könnten natürlich jetzt sehr, sehr interessante Verhandlungen werden. Vor allen Dingen, wenn der AC Mailand auch schon mal so nachgefragt hat bei Werder Bremen. Gibt es ja vielleicht auch schon Gespräche zwischen den Spieler und Verein. Also grundsätzlich Mailand. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen Call. Ich habe am Anfang der Transferperiode gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass die italienische Liga sehr interessant sein würde für Völkug. Dass auch vom Alter her in der italienischen Liga total egal ist, ob du auch mit 30 plus sogar dahin wechselst oder nicht. Das wird regelmäßig da gemacht. Du findest allgemein sehr, sehr viele ältere Durchschnittsalter-Kader in Italien. Und auch aus Völkug-Perspektive kann das sehr interessant sein, weil es in Italien dann doch die ein oder andere deutsche Schule gibt. Was immer mal interessant ist, wenn man bedenkt, dass Völkug ja auch mit seinem Kind umziehen würde. Und Mailand. Ich glaube, es gibt schlechtere Städte zum Leben als Mailand. Und das sei auf jeden Fall auch mal gesagt so am Rande. Es ist natürlich so, dass 20 Millionen aber auch immer noch ein Brett ist. Das ist klar. Aber wir kommen erst mal zum AC Meinhardt. Ich meine, da brauchen wir ja gar nicht so viel drüber reden. AC Meinhardt wäre ein Riesenschritt für Niklas Völkug. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Das ist einer der größten Klubs, die es so eigentlich gibt von der Geschichte im Fußball. Was da schon für Legenden alles gespielt haben. Das ist ja unfassbar. K.K. Ronaldinho. Ibrahimovic. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Jetzt ist er weg. Aber, ja, da gibt es einfach so viele Legenden, die dort gespielt haben. Aktuell ja auch noch Leao da. Weil da muss man ja auch noch gucken, ob der da noch bleibt. Wir haben auf jeden Fall interessante Neuzugänge bei Mailand schon im Sturm auch. Noah Ockerford zum Beispiel. Kann natürlich auch über den Flügel eingesetzt werden. Puli sehe ich auch für den Flügel. Cuk Wutze, der von Villarreal, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, ist auf jeden Fall auch ein Flügelspieler. Also in der Offensive hat Mailand sich schon verstärkt, hat aber auch im offensiven Mittelfeld ein Spieler abgegeben. Hat Ante Rebic abgegeben gehabt. Jetzt Junior Messias, er wurde verliehen. Wie gesagt, Ibra ist weg. Und jetzt können wir mal in den aktuellen Sturm reingucken. Hier haben wir einen jungen Spieler, 19 Jahre alt, einen 21-Jährigen und Oliver Giroud mit 36. Origi mit 28 Jahren und Noah Ockerford mit 23, wie gesagt, als jetzt fest Neuzugang. Man muss sich, wie gesagt, bedenken, dass Mailand ja auch mit einem Dreiersturm spielt. Das heißt, zwei Flügel und einem Stürmer. Das heißt, die Konkurrenz wäre auf jeden Fall hier gegeben von bei Niklas Vulkug. Aber, das sei natürlich auch gesagt, man spielt halt da auch extrem offensiv. Zuletzt zum Beispiel Leao links, rechts Messias und vorne drin Oliver Giroud. Und Oliver Giroud, klassischer Mittelstürmer, das kann sehr gut sein, dass du da auch schon Richtung Nachfolger guckst. Oliver Giroud wird jetzt nächsten Monat 37 Jahre alt. Und da ist natürlich nochmal zu Vulkug ein Abstand da und wäre halt auch Position klassischer Mittelstürmer, den du dann dort eben reinstellen könntest. Also, wenn man den Berichten nach glauben kann. Es gibt übrigens, das ist jetzt nicht nur von der Instagram-Seite von Werder-Fans, sondern auch die Bild hat drüber geschrieben. Wenn ihr Bild plus habt, könnt ihr euch den Artikel dort auch durchlesen. Die haben auch, wie gesagt, über das Interesse geschrieben gehabt. Grundsätzlich ist es so, dass der AC Mailand als sehr, sehr großer Klub natürlich sehr interessant sein könnte für Niklas Vulkug. Frage ist natürlich da auch, wäre er dort sofort Stammspieler. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass er dort sehr, sehr gut reinpassen würde. Mit zwei schnellen Flügeln und einem Zehner hinter sich würde er natürlich sehr, sehr viel gefüttert werden. Und hätte er natürlich auch einen gewaltigen Sprung von Werder zu Mailand, den er machen würde. Wenn er auch wirklich so eine Art Stammplatzversicherung bekommen würde, dann ist im Prinzip, ja, dann spricht er ja fast gar nichts gegen, muss man ja tatsächlich auch so ein bisschen so sagen. Einfach aufgrund dieses Sprunges. Du kannst nächste Saison Champions League spielen mit dem AC Mailand. AC Mailand ist letzte Saison Vierter geworden. Tolle Saison gespielt, 70 Punkte gemacht. Wir werden mit Sicherheit weiter auch jedes Jahr oben mitspielen, zumindest in den obersten Plätzen mitspielen. Atalanta Bergamo hatte ja auch schon mal Interesse da gehabt, oder da hieß es zumindest mal, ja, die haben auch Interesse gehabt. Der FC Turin, es wurden so viele eigentlich mittlerweile auch schon mit Völkug und Verbindung gebracht. Aber eine Sache, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall drinne. Und zwar, wie gesagt, italienische Liga, gerade Mittelstürmer, auch auf vielen anderen Positionen, werden oftmals auch 30 plus Stürmer verpflichtet. Also dass da ein Interesse da ist, wundert mich nicht ganz so sehr. Ob Milan auch 20 Millionen zahlen würde, weiß ich nicht tatsächlich. Vielleicht kriegt man da eher sowas in Richtung 15 Millionen plus Boluszahlungen, müsste man dann mal gucken. Aber, wie gesagt, sind dadurch in drei Wettbewerben ja vertreten. Und von daher braucht man da natürlich auch eine gewisse Breite, gerade auch in der Offensive. Und ich glaube, dass Völkug da natürlich super hinpassen würde, wenn er es denn dann auch möchte. So, für uns ist dann wieder die Sache, wie eigentlich die ganze Zeit. Kommt Summe X, dann müssen wir ihn abgeben. Das wird auch weiter der Plan für Werder sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich intern schon länger geeinigt hat, dass man eine Verlängerung da erzielt hat. Aber, wie gesagt, eben aufgrund der finanziellen Situation gesagt hat, ey, kommt Angebot XY, müssen wir dich einfach ziehen lassen. Und das war jetzt wahrscheinlich auch Völkug. Und darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinauskommen. Es hat nämlich ein paar geschrieben, wie fandest du das denn nach dem Spiel, wo er dann gefragt worden ist, zu seiner Zukunft, wo er gesagt hat, das interessiert jetzt nicht. Und dann auch der Moderator da gesagt hat, oder der Interviewpartner da gesagt hat, naja, die Werder-Fans interessiert das ja schon. Und Völkug dann gesagt hat, nee, glaub mir, das interessiert jetzt nicht. Ja, war halt abgewunken, aber man muss es auch irgendwo aus zwei Sichten sehen. Guck mal, du verlierst gerade 4-0, bist aus dem DFB-Pokal raus. Mit Sicherheit ist Niklas Völkug ein sehr ambitionierter Sportler auch. Also jemand, der mit Emotionen nun mal dabei ist. Und dann bist du dann auch einfach abgefuckt und dann kannst du es auch einfach nicht mehr hören, diese Nachfrage. Vor allem, weil er selber darf das ja wahrscheinlich auch so nach außen gar nicht sagen. So, vielleicht sagt er ja auch, für sich selber ist klar, dass er bei Werder bleiben würde. Aber sagt halt auch, okay, zu einem sehr interessanten Klub wäre es für mich dann auch interessant. So, kann natürlich nicht so nach außen mal eben so kommunizieren. Oder das tut vielleicht dann auch Verhandlungspositionen verschlechtern. Von daher wird dann eher gar nichts gesagt. Ich verstehe auch aus der Fansicht, dass man sagt, ja, aber da wo man sich nicht wundert, dass dann irgendwie, ja, immer wieder die Nachfrage besteht. Aber so ist das halt, ne? Naja, trotzdem kann ich ihn da verstehen, die Reaktion auch verstehen. Und ich wollte darüber nur kein einzelnes Video machen, weil wie gesagt, Völkug-Wechselvideos, da gibt es eine Menge. Es kann sein, dass wir bis zum Deadline-Day auch das eine oder andere noch haben werden. Denn, wenn, wie gesagt, so namhafte Klubs wie jetzt AC Mailand an ihm dran sind, dann könnte das Ganze schon sehr interessant werden. Und zwölf Tage Verhandlungen, wenn Mailand er ernst macht, dann, ja, könnte das auf jeden Fall passen, ne? Ist natürlich auch die Frage, was Werder da macht. Holt man dann noch neun Stürmer? Und wo tut man das Geld noch rein? Also, wen holt man denn da noch? Weil Linksderteiliger ist ja sowieso klar. Ja, das würde natürlich sehr, sehr spannend sein. Auf der anderen Seite, ich glaube, das wissen wir auch alle. Wir sind ja mit AC Mailand auch gerade in Verhandlungen, ne? Also, für die Leute, die jetzt vorher schon abgeschaltet haben, kriegen natürlich die Notiz jetzt nicht. Das heißt, schreibt mal gerne rein, wenn ihr noch da seid, könnt ihr ja reinschreiben, Balotouré, Völkug, Fragezeichen. Einfach mal so als zweierlei. Dann sieht man auch mal, wer bis zum Ende eingeschaltet hat. Wir sind in Verhandlungen mit Mailand. Vielleicht pokert man so ein bisschen darauf, dass Mailand wieder wollte ja nochmal mehr Geld für Balotouré. Dass man sagt, okay, pass auf, wir machen Balotouré. Okay, kriegen wir und ihr zahlt dafür nur 15 Millionen für Völkug, als Beispiel. Was ist, wenn man sowas in so eine Richtung plant, ne? Wer weiß, vielleicht wird es irgendwie verrechnet. Vielleicht hat man da die Idee, dass Mailand gesagt hat, ey, wir suchen sowieso noch einen Stürmer. Ihr wollt eh unseren Balotouré haben. Dann setzen wir uns zusammen und kriegen das vielleicht irgendwie hin. So, schreibt mal gerne jetzt eure Meinung, wie gesagt, unten rein. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und ciao. Out. Vielen Dank.